Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und damit den Jackpot geknackt. Jeder der beiden bekommt dafür mehr als 932.000 Euro. Heute wartet wieder exakt eine Million Euro, die Ihnen gehört, wenn es Ihnen gelingt, einen Solosexer zu erzielen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und drücke ganz fest die Daumen. Glückstrichter und Kugeln sind überprüft. Wie immer beaufsichtigt ein Notar die Ziehung. Und sehen wir nun, welche Zahlen aus dem Ziehungstrichter rollen. Und die erste Gewinnzahl von heute Mittwoch lautet 14. Glückskugel Nummer 2 ist 13. Weiter geht es mit 2. Die vierte Gewinnzahl ist 23. Heute auch mit dabei ist 35. Und der Sechser ist komplett mit 11. 11. Somit fehlt uns nur noch die Zusatzzahl. Und die Zusatzzahl von heute Mittwoch lautet 29. 29. Hier noch einmal die Gewinnzahlen in ansteigender Reihenfolge. 2, 11, 13, 14, 23, 35 und die heutige Zusatzzahl lautet 29. Beim Joker ist es am Sonntag ebenfalls darum gegangen, einen Jackpot zu knacken. Und das ist gleich fünf Spielteilnehmern gelungen. Für Ihr Jahr zum Joker erhalten zwei Wiener, ein Tiroler, ein Steirer und ein Oberösterreicher. Jeweils mehr als 89.000 Euro. Ich hoffe, auch Sie haben das Kreuzerl beim Jahr gesetzt und wünschen Ihnen jetzt viel Glück zum Joker. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 9. 9. An zweiter Stelle haben wir 6, 6. Die dritte Stelle lautet 7, 7. An vierter Stelle haben wir 6, 6. An der fünften Stelle 2, 2. Und an der sechsten und letzten Stelle 9, 9. Somit lautet die Joker-Zahl dieser Ziehung 9, 6, 7, 6, 2, 9. 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle. 7 Euro mit zwei Stellen, 77 Euro mit drei, 770 mit vier, 7700 mit fünf. Und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker. An Gewinnerinnen und Gewinnerinnen und Gewinnern der heutigen Ziehungen gratulieren wir sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie unter anderem in den Tageszeitungen, im OF-Teletext auf Seite 721, auf Wind2DAT und in Ihrer Annahmestelle. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwochabend. Auf Wiedersehen bei Lotto 6 aus 45 und Joker am kommenden Sonntag in ORF 2.